Einige Hater haben wieder mal Spaß und machen sich über meine Banane lustig, ohne zu checken, dass es einen Sinn hat, weil ja, es sieht doof aus, aber während das eine halbe Stunde einwirkt und ich mich schminke, kann das mega schöne Curtain-Bank stylen und ja, in meinem Haarbuch habe ich auch geschrieben, warum Hitze so schlecht ist, was es für Alternativen gibt und ja, ich esse die noch und es funktioniert.